Hallo, ich bin Paul Dyer, Leiter der David-Ledbetter-Golf-Akademie in Deutschland. Kennen Sie schon Ready Golf? Ready Golf ist ein Weg, der durch verbesserte Spielgeschwindigkeit wir alle sehr viel mehr Spaß und Freude am Golfsport haben werden. Vor allem geht es mir darum, mit Verhaltensirrtümer aufzuräumen und euch die wichtigsten Punkte des Ready Golf zu zeigen. In unserem kleinen Film zeige ich euch in wenigen Minuten die wichtigsten Punkte von Ready Golf. Are you ready? Das ist Daniel, unser Mr. Wrong. Mr. Wrong spielt seit Jahren im Golfclub hoch zugeknöpft, nach der alten traditionellen Etikette. So wie Mr. Wrong spielt, ist nach Ready Golf leider nicht korrekt. Und das ist Annalena, unsere Miss Wright. Sie wird mir helfen, euch zu zeigen, wie man heutzutage richtig Golf spielt, ohne von alten Traditionen gebremst zu werden. Ready Golf. Are you ready? Or not? Ready Golf. I'm ready. Are you? Are you ready? Hey, Halt, Halt! Ich hab die Ehre. Mr. Wrong macht das natürlich falsch. Beim Ready Golf spielt einfach derjenige, der spielbereit ist. Unabhängig davon, ob er die Ehre hat, das beste Ergebnis oder sonst was, wer fertig ist, schlägt ab. Und übrigens, ganz genau in den Regeln ist es eh nicht so richtig festgelegt. Ready Golf. I'm ready. Are you? Mr. Wrong war natürlich schon wieder verkehrt. Er hätte seinen Ball einfach schlagen müssen und dann mir hinterher suchen kommen, auch wenn er ein Stück weiter mir vorbeilag. So wie Ms. Right. Die hat das alles korrekt gemacht, sofort zu ihrem Ball und dann uns helfen gekommen. Übrigens ist es auch so, dass der Golfer sowie so viel besser weiß, wo sein eigener Ball liegt und deswegen ihn besser alleine findet. Bis zum nächsten Mal. Ich schaff, du bist. Mr. Wrong war schon wieder Wrong. Natürlich, nach Ready Golf hätte er sofort spielen können. Er hätte nicht so aufwendig seinen Ball markieren müssen für einen einfachen Putt. Auch wenn ich weiter weg war, habe ich trotzdem auf ihn warten müssen. Miss Right hat natürlich alles korrekt gemacht, sofort abgespielt und fertig. Und auch ich habe mit meinem Wedge eingelogt, weil ich so nah dran bin. Das hat das Ganze einfach beschleunigt. Das war's. Mr. Wrong war natürlich Widerfall. Ich war noch gar nicht fertig und bin gar nicht am Grun angekommen, als er hätte spielen können. Er hätte diese wertvolle Zeit sparen können, genau wie Miss Right correct gemacht hat unter Ready Golf. Mr. Wrong hat das unter den alten Regeln gemacht und so haben wir wertvolle Zeit verloren. Ready Golf, I'm ready. Are you? Okay. Baby, when it broke my heart. I don't know what to do. Es geht darum, dass Mr. Wrong hätte Zeit sparen können. Während ich mit Bunkerhaken beschäftigt war, hätte er Rubik spielen können. Natürlich hat er nach alten Golfregeln alles richtig gemacht und gewartet, bis er der weiteste Weg war. Aber nach Ready Golf hätte er es machen können wie Ms. Wright und einfach seinen Ball spielen können, weil eben kein Gefahr bestand. Ready Golf, I'm ready. Are you? So, das war unser kleinen Film zum Thema Ready Golf. Viele, vielleicht ungewöhnliche Punkte, aber glaubt mir, das beschleunigt das Spiel und macht zudem auch richtig Spaß. Selbstverständlich gibt es auch viele andere Punkte, die schon bekannt sind, aber für Anfänge vielleicht auch wichtig zu wissen. Bag immer in Richtung nächsten Abschlag stellen, Handschuhe vielleicht immer anbehalten und natürlich immer spielbereit sein. Wisst ihr was? Ab jetzt spiele ich auch nur noch Ready Golf. Ready Golf, I'm ready. Are you? Sie wird mir helfen, euch zu zeigen, wie man heutzutage richtig Golf spielt, ohne von allen Traditionen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, sind Sie? Ready Golf, I'm ready. Are you? Are you ready to win? Ready Golf, are you ready? I am! Sie? Ready Golf, we are ready, are you?